Ja Leute, Ben quält sich ein weiteres Mal durch den Wassertempel. Ich hab so eine gewisse Ahnung, da war schon wieder meine Maus im Weg. Ich hab so eine gewisse Ahnung, was ich machen muss. Also, ich guck mal, ich hab so eine gewisse Ahnung. Ähm, wartet mal Leute. Hör! Yeah! Tum, tum, tum. Ähm, bringt mir das jetzt grad was? Ich glaub nicht. Das bringt mir nichts. Okay, ähm, ja. Probieren geht über studieren. Oder andersrum studieren? Ach, egal. Was mach ich mir Gedanken über so ein Kack hier, über so Kack-Sprüche? Herzchen? Na, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Natürlich nicht. Ich will hier hoch. Ich hoffe, wir sind da auch sowas von richtig. Ne, sind wir garantiert nicht. Das seh ich doch jetzt schon. Das war doch hier die Stelle, wo wir uns ein Bullseye aussuchen durften. Ja, oh, Kompass. Hab ich schon. Will ich nicht. Aber, bah, ist das, ist das ekelhaft. Ist das der Tempel ekelhaft, ey? Der Tempel ist der reinste Krampf im Arsch. Das, ach. So, aber wo müssen wir jetzt zählen? Oh, ich bin so ratlos. Bitte lass es die richtige Tür sein. Ja, es ist die richtige Tür. Oh, 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 oh. Hier kommt der Worte unserer Lieblingsfreund, die Spinne. Einmal. Und zweimal. Naja, unser lieber Freund, die Spinne. Ja, und jetzt kommt die Kacke wieder. Aber wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Und jetzt kommt die Kacke wieder. Jetzt kann ich auch in die Türe rein. Genau in die Türe. Das tun wir auch gleich mal. So. Machen wir mal auf das Türchen. Stirb. Stirb. Ach. Die lustige Sache, Wörter. Hm. Ähm. Ja, so komme ich nicht ran. Muss ich erst ein Stückchen weiter runter. Yay. Ja, doch. Ich hoffe, das kriege ich jetzt auch jeden. Das ist immer so kacke hier, die Stelle. No. Jetzt ja. Ja, klar, ey. Ach komm, ich nehme das obere. Und zack. Irgendwie mag ich die Stelle nicht. Ich krieg's jetzt zwar eigentlich recht gut hin, aber ich mag die Stelle nicht. Ah, wo der Arschklar, ey. Gott sei Dank. Oh, nein. Nein. Ey, was macht das für einen Sinn? Ich sperre da vorne die Tür auf, damit ich hier wieder eine Tür aufsperren kann. Was macht das für Sinn gerade, Leute? Das ergibt doch keinen Sinn. Was? Äh, 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 hä? Also, der Tempel ist sinnlos. Total sinnlos. Ja, klar. Springen wir mal in Abgrund. Wieso auch nicht? Aber Gott sei Dank sind wir jetzt wieder hier drüben. Ey, toll, hab ich den scheiß Schlüssel jetzt umsonst verprasst. Okay, Leute. Und wieder mal weiß Ben nicht, wie es nun weitergeht. Oh, komm, ey. Verpiss dich bloß, ey. Ich bin sowas von gereizt gerade. Das ist der komische Eingang. Ja, toll, und ich glaube hier jetzt doof im Kreis rum und ja, nichts. Das war, glaube ich, die Stelle, wo wir nicht weiterkamen. Boah, Leute, ey. Oh, der Tempel, der ist so oh, ekelhaft. Trinkst du was, wenn wir hier mit Wasser durchlaufen? Im Wasser irgendwie. No. No. Warum denn auch nicht? Ey, kommt, jetzt hängt mir nicht am Arsch, ey. Hab ich ein Magnet im Arsch? Ach, ja. Hä, was war das jetzt? Aha. Mhm. Also, sprich, wir waren mischen dahin. Aha. Okay, okay, okay. Waren wir denn hier schon? Ja, da waren wir schon. Ähm. Also müssen wir hier durch, oder was? Oder, äh, äh. Ah, kommen wir nicht immer von da? Oder ist das... Irre ich mich da jetzt, oder? Hm. Also, ah, hier war doch ein Schlüssel, Leute. Das sehe ich doch jetzt schon. Bist mal auf, Leute. Das war der Schlüssel, den wir gebraucht hätten. Ey, wie... Wie soll ich denn da jetzt weitermachen? Ja, eben. Da ist ein Schlüssel. Wie, wo... Wo soll ich denn jetzt den Schlüssel hernehmen? Soll ich den mir um so einen Arsch ziehen, oder was? Oder soll ich Navi als Schlüssel verwenden? Äh, ich... 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 Ich klatsche Navi vor die Tür. Mal sehen, ob es da aufgeht. Ach, Mann, ey. Ich... Boah. Also, ich... Ich glaube, hier unten kommen wir kein Deut weiter. Nee, kommen wir auch nicht. Also können wir nur... Ach, was mache ich denn? Können wir nur in die zweite Etage? Jetzt hör mal, in der zweiten Etage, da war doch... Ach, nee, das war in der dritten Etage. Diese komische Tür, die uns ja nichts gebracht hat. Auf gut Deutsch soll das jetzt heißen, wir dürfen den Wasserstand wieder absenken, komplett, und dann wieder bis zur Mitte machen. Oh, ist das ein Spaß, Leute, ohne Scheiß. Ah, Leute, ihr werdet euch auch denken, der Ben, der ist wie zu doof, in diesem Tempel zu machen. Ich hör den Tempel schon dreimal durch. Gut, Leute, ich lass mich noch schnell hochtreiben. Und dann beende ich den Part. So, Leute. Ich beende jetzt an dieser Stelle den Part und im nächsten Part mach mal weiter mit diesem wunderschönen Tempel. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.